ganz teuer hallo und herzlich willkommen wir spielen black ops 2 sniper no scope ich bin der europas nummer dabei gesagt so ein bisschen hier sind ganz viele manik mit kuriosen namen die ich zwischendurch auch bestimmt mal erzählen werde ich aber jetzt nicht machen werde weil sie erstens nicht lesen kann weil sie alle hüpfen und ich auch gar keine lust habe die vorzulesen wir schießen mit der ballista mit ohne das hier das verboten wisst ihr ja und verteilt euch zack zack heute läuft das mal nicht nach punkten heute machen wir das mal schön nach zeit wir haben gediebene 17 1 halb minuten circa und ich würde einfach mal behaupten derjenige der jetzt vor mir steht das ist der dann nehme ich den wir fangen an das fängt natürlich bei mir richtig nicht gut an ich hätte mal ein boot an machen müssen eine stimmung zwei habe ich drei habe ich was ich los dann 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 beim hab dich jetzt mal nicht gesprungen oder so verdammt ich möchte mal mit euch ein thema bequatschen was mir doch am herzen liegt ja und zwar aber erst muss den töten ich wollte ihn töten das ist doch zum kinderträgen hier ohne scheiße das treffe ich natürlich kein was ist ein herz verdammt also und zwar werde ich des öfteren in den kommentaren gefragt jetzt halt doch mal um verdammte axt wie alt werden bespuren wie alt werden nein das wurde ich nicht gefragt aber ich wurde oft gefragt wie es dann aussieht mit playstation 3 xbox 360 playstation 4 xbox one und wie sie nicht alle heißen die eulen konsolen was haltet ihr davon wer ist langsam mal an der zeit dass sowas hier auf dem kanal passiert dass auch die konsoleros auf ihre kosten kommen und mal mitspielen können ja das ist ein bisschen mehr verbreitet dann wird es auf jeden fall jetzt lustiger das wird es demnächst auf jeden fall geben der tino hat ja schon vom dreivierteljahr glaube ich scheiße hat das mal angesprochen dass ps3 und xbox geplant ist ich habe dich getroffen aber das hat er schon früher gesagt naja das jetzt gibt es eine kleine änderung und zwar werde ich das machen es ist nur noch dauert nur noch ein kleines weilchen bis halt die gerätschaft bei mir eingetroffen ist weil ich habe zurzeit weder xbox noch playstation es dauert aber nicht mehr lange bis ich dieses habe dann wird auch sachen in dieser richtung gemacht in irgendwelchen co detail welche kann ich euch nicht sagen weil ich nicht genau weiß welche spiele in dem bucket drin sind ich hoffe mal jetzt freuen sich viele konsoleros ich habe da auch schon ich war damals mal im besitz von der playstation und von der xbox habe auch dementsprechend noch accounts die ich euch jetzt aber leider nicht sagen kann da ich meine benutzerdaten vergessen habe das hättet ihr mich ja schon beim vorfeld hätten können wie die üren leider geht das nicht weil wie gesagt ich habe meine benutzerdaten vergessen muss erst ein bisschen rum experimentieren wieder rausgefunden hat und dann wird es demnächst auch lustige kleine events auf konsole geben unter anderem das was wir jetzt kann es wird nicht gemessert ich habe nicht gesehen das war also unter anderem werden wir dann hier auch sniper no scope machen dann werden wir auch machen play what i say das ist auch fakt also meine beiden dinger hier scheiße dann werden wir aber auch machen das wird auch viele konsoleros freuen verstecken wird wohl auch kommen und dann noch irgendwas das kann ich euch aber jetzt nicht sagen was das ist weil ich selbst noch nicht weiß oder tot irgendwen habe ich noch mitgenommen in not schreibt es in die kommentare wie ihr das findet was ihr davon haltet ob ihr euch darauf freut ob es langsam zeit wird und ob ich jemals den typen da treffe den ich jetzt nicht getroffen habe und abgesehen davon ich habe dich getroffen ich werde jetzt gleich ich werde jetzt gleich mal den hier die liste einblenden wer alles mitspielt hier so das müsst ihr euch kurz rein pfeifen ja die ganzen namen dann schreibt doch mal in die kommentare welchen namen ihr davon extrem geil findet weil da gibt es echt ein paar namen leider haben nicht alle leute die gleichen namen die sie im ts hatten im ts da sind namen bei gewesen nach diesem kriterium den namen habe ich die leute ausgewählt umso kurioser desto besser ganz witzig ist das peter unlustig er steigt kurios ja europas wir haben alle entgegen der ist nicht mehr feierlich hab da das du bist da durch mir kollekt und die schüsse irgendwie nicht schön ist das ist die rache von eben so mal gucken wo stehe ich überhaupt fast ganz unten ich habe aber auch so ein glück dass ich irgendwie immer in die kugel recht rein ich muss so ein bisschen aufholen jetzt hier jetzt bin ich mittelfeld das ist ja schon total weil du stand da gerade das ist einfach so also es dürfte groß keine hitmarker geben das leben ist auf 70 runter geschraubt ich habe vollmantel mumpeln drin und haben sogar noch ein laser vorne dran also irgendwie müsste man eigentlich treffen können so wie ich jetzt gerade ich habe ich doch töten mensch jetzt ich werde irgendwie ganz oft von diesen zwei zwei wie heißt du wie wirst du ausgesprochen ja genau genau dich mal nicht du tötest mich alles verdammt also wo seid ihr sind viele rote punkte da renne ich erzählen verdammt ich bin tot nein diablo eigentlich kannst du das gar nicht er siehst du hast mich auch mal erwischt habe ich jetzt ist einer auch ausgeflogen was dann ob ich in der zeit ist ja eine hatte doch im timeout ja schön das ist ganz toll jetzt zeug mal mal kurz wirklich nicht ja es gibt es doch nicht ich treffe ja keine saue ich habe gerade geschrieben wie und wer ist das denn ja das finde ich sehr gut ich habe gar keine russ zu antworten ja so kleinigkeiten passieren halt wenn man die lobby offen lässt das kann halt mal passieren ist jetzt natürlich nicht so schön gewesen aber mein gott das affe mit waffe du musst jetzt umfalle das kann sein aber jetzt sagen lassen wir auch sind des spiels menschen zu töten das gibt sich du stehst vor mir und ich treffe dich miche geht doch das ist so eine das ist so eine sache weißt du das ist so eine das ist so unrealistischer kack also wenn im echten leben ich mit dem gewehr vor einem stehe unabhängig davon was für eine waffe es ist ja und ich auf den schieße fällt in der regel der mensch schuld um warum sind die sind die sind die sind die gewehre in co die alle so krumm dass sie nur auf entfernung treffen oder was ja ich verstehe ich will dich töten diablo gucken ganz langsam hinter dich ich halte drauf und keiner von dem feld um das ist nächste aber von beiden da hause weg die typen gucken bin ich der mittelfeld ok den rücken ins gesicht aber mit waffe nicht bescheißen sonst schicke ich dir demnächst mal eine schachtel reißzwecken wie du dir auf die rechte maustaste tackerst scheiße guckt euch ruhig ab und zu mal die abschlusskamera an damit ihr seht ob derjenige vielleicht wie ich schieße hat scheiße ach je jetzt renne ich da wieder hin ist das wieder so eine sache der steht genau vor aber den treff ich komischerweise vom weiten das ist echt das ist der absolute hammer hier ja habe ich das so das halbe hühnchen habe ich noch mitgenommen warte ich muss nachleiten ja leider ah jetzt wurde ich erschossen kannst du nicht einfach schießen wenn ich hier gerade auf tab drücke das geht mal gar nicht nee nee ich muss dich leider gottes erschießen danke kurios wo ist er denn halt doch mal still wenn ich hinter dir herrenne das auge das auge hat mich erschossen ja mit dem mit dem augen zeig gut hallo wo liegst du da rum ach man jetzt bin ich tot was fall noch mal um verdammt ach ich renne weg nö ich will nicht mehr tschüss mensch europa ja scheiße yes einen habe ich wieder affe mit waffe macht doch immer sozusagen rechtsklick also er geht nicht total in den scope aber es wird auch nicht gequick scoped das kann ich sagen affe mit waffe du sollst deine illegalen fingerchen von der rechten maustaste weglassen weil das ist nämlich der sinn an no scope ja man trifft no scope auf jeden fall nicht so gut wie wenn man jetzt quickscoped oder so ein zeug ja nein nein das auge das ist doch irgendwo kein grund du hast gerade ins auge geschossen außerdem sollst du nicht mit dem messer hier rum tun den ich gerade da erschossen hab ja nein uuuu das verliebt 1 euro was kannst du jetzt mal aufhören du hast mir schon dreimal hinter den anderen erwischt hab ich das ja dann war es wohl verliebt sieben von sieben schüssen getroffen nein 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 du wirst doch einen arsch das war ne schöne serie weg ey man schön 5 kills gemacht in serie das fand ich total toll nochmal 4 stopp da war auch noch einer nein ojo was macht weniger kills du machst mich warum soll ich denn weniger kills machen ja ich bin hinter dir jetzt gerade scheiße wo stehe ich denn boah nein da rett mir einer vor der flinte double kill haha war schneller wo ist er hin ich hab nicht mehr gesehen so ein dreck aber holen so der war gut der war schön warum hüpfst du alt hast ne frosche im arsch oder was los mit dir menschen das gibt's nicht ne das gibt's echt nicht ich renne hinter den her also gegen ein schnelles magazin hat sich nichts gesagt ja das ist ja nö das macht die spannung kaputt ne schnelles magazin das packen sie alle ein das euro war es mein lassen wir ihn holen gib mir keinen headshot du nein nein böse ich muss nachladen weg da nein holmes du arsch nein alle kaputt hier oder was los da ist noch einer ja verdammt jetzt lieg ich an bord und dann bin ich tot ne wo ist der typ bin da ist einer reingerannt wo ist er hin alter unlustig jo aber ich treff nix mehr ja ja siehst du das also es wird oft gesagt von wegen ah Sniper don't score was sagt nix menschen easy so easy ist das gar nicht Leute musst du mal probieren ich hab 8 kills mit einer DSR und das alles aber ich ich bin auch kein Sniper also in keinem spiel in gar keinem benutze ich einen Sniper ich bin mehr so der Sturmsoldat dann hast du halt gesehen nein den einspring ich noch voll in die Google weil ich ich das ist einfach nicht mein Ding dieses Snipern ich bin auch kein Freund von diesem quickscope 360 Grad ey das hört sich mess an Steve ich auch nicht also ich verfug jeden der das macht das ist das hat für mich nur der Faceline zerstört früher ich hab ich bin so zerstörendes Spieler und ich kann heutzutage das gar nicht mehr spielen vor allem mit alten Call of Duty's da werden nur noch getrickshottet ja ich mag auch dieses Trickshot nicht ich weiß nicht was daran so schön sein soll also das sieht vielleicht aus der Perspektive des Spielers gut aus aber als danebenstehender wenn ich da immer einen sehe der hier sich tausend mal im Kreis dreht und vom Kran springt ich finde das blöd mir macht das keinen Spaß ich weiß auch nicht was daran so toll sein soll ja keine Ahnung ja die Lacken jeder wie es mag naja klar ich soll so spielen wie er halt gerne spielt aber ich mag das halt nicht ja schon passiert so aber du stirbst jetzt wenn ich dich treffe das ist natürlich Voraussetzungen ne so nicht wo steh ich denn immer noch da BUSCHI mach dich hoch mal Diablo dreh dich mal ganz langsam um Hallo ich glaub dich pimpst eh noch oh was ich hab mich immer jetzt hab ich einen Freakill bei dir komm ran hoch weder nö das verlaube ich nicht verdammt das Auge ist doch ein Mann ich mach Hitmarker so ah da rennt einer rum eh daneben eh daneben eh daneben eh gebrochen nein Hedgehog euer Oberst spinnst du alter das kommt halt nur mal vor im Kriech dass man mal so eine Kugel im Kopf bekommt ach 100 plus geht sich noch aus das gibt es doch nicht hey das gibt es nicht nein roten Robert lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe Mensch Europa ja nein ich will laufen Messer an der Hand genommen weg wo sie hin na wo ist denn der Diablo da jetzt treff ich nichts mehr scheiße ja Europas ich will mal kurz runter im Keller gehen ich muss mich in die Räcke stellen und schämen ah verdammt so ich turne ihm hin dann noch anderthalb Minuten nur mal so rein informativ in die Runde geschmissen bam Europas hat grad äh zwei Double Abschlüsse nein ich hab mal 58 72 hab sogar ach nö so jetzt muss ich auch mal hier runterhupfen ja nein ich muss diese Kugel war schon drin und war schon noch noch eine Minute nein ich bin ein Tuch boah der Päpfe Zeit vergeht ah da wird einer rum den hole ich mir jetzt hallo bleib mal hier bleib mal hier bleib mal hier hast du den Kill weggenommen nein nein verdammt wer hat mich grad weggenommen hat warum sterbe ich denn jetzt scheiße Diablo Europas bleibt stehen nö Europas bleibt stehen nö 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 ach verdammt er schon wieder nö das gibt es doch nicht ich weiß auch nicht warum ich die nicht treffe warte du hast keine Eselmilch getrunken das wird sein das wird sein das wird sein das wird sein Sherlock Holmes Mensch den nein Zeiko endlich hab ich dich mal na komm ich will noch ein oh bin ich lang kill verdammt noch eine Sekunde und vorbei jawohl hört gleich schon Zeiko der unlustig ist auf dem ersten Platz mit 105 Abschüssen dahinter ist der Zeiko mit 105 Abschüssen ich habe 82 Abschüsse ich finde es gut ich finde es gut ich finde es gut ja schön hat Spaß gemacht das muss ich das muss ich das das links muss ich ausblenden da all die oh das habe ich sogar gesagt verdammt wer werbung werbung jo mir hat Spaß gemacht ich hoffe euch auch ja gebt einen Daumen nach oben wenn es cool war schreibt in die Kommentare ob es cool war schreibt in die Kommentare welches Sniper im nächsten Mal beim nächsten Mal genommen werden soll dazu gesagt kein Autosniper es wird niemals Sniper no Scope den Autosniper geben in diesem Sinne kack dir in die Rinne haut rein bis denne und tschüss 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 tschüss